Am 19. Juni 2023 ereignete sich ein Großbrand in der Zauberwelt der Diamante. Als hätte ich eine Vorahnung gehabt, wollte ich dieses Jahr noch einmal alles für die Nachwelt erhalten. Das sind meine letzten Aufnahmen vor dem Feuer. Am 19. Juni 2021 Am 19. Juni 2021 Am 20. Juni 2021 Am 20. Juni 2021 Untertitelung des ZDF, 2020